Vielleicht kriegen wir noch was Gutes von kein Konzept. Die meisten kennen die Story, das war bei einer, die habe ich in der Karaoke Bar kennengelernt, aber ich habe mir nicht am selben Abend das Arschloch geleckt, sondern dann als die ein andermal kam und dann habe ich so ein bisschen gerade in dem Moment nicht so gut performt und dann dachte ich so, ja ich muss so ein bisschen jetzt was und auf einmal hat es mich überkommen. Ich habe mir nicht mal vorher gedacht, dass ich es mache, ich habe nur viel über Arschloch geleckt mit nun zu geredet und auf einmal habe ich einfach hier das Arschloch geleckt. Also wir haben... Alles klar Digga, very much so interesting, very much so interesting, die Sache ist, ich kenne glaube ich von so vielen Leuten mittlerweile... Was guckst du da? Ich wollte jetzt gerade ein Video gucken, es ging gerade um ein Arschloch lecken. Ich wollte gerade eine Story erzählen. Du, okay ich höre zu, erzähl weiter, mach weiter, bin ich da? Bin ich da? Nein, ich wollte einfach nur sagen, durch ein Handyspiel weiß ich gefühlt jetzt auch schon von vielen meiner Freunde, wer sowas schon mal gemacht hat oder gemacht bekommen hat, wollte ich einfach nur sagen. Das ist ein Zufall. Durch eine App, die nach einem, die einen P hat. Achso, das hast du erzählt. Das wollte ich gerade sagen, du kamst so reingestunden. Nein, ich nenne doch keinen Namen. Ich bin dann, mich heiße ich nicht Bushido. Mach weiter, ich bin stark. Ich bin stark Digga, mach einfach jetzt viel mehr. Ich bin stark. Ich knurriere mich einfach. Was brauchst du? Nichts, ich gucke nur ein bisschen, was ich verkaufen kann. Was? Weiter, ich knurriere mich einfach so wie du es immer machst. Alle. Drei. Was? Digga, warte. Also die Erst- bis Drittplatzierten hier. Pentagon, Fusion, Neu... In England heißt es Walnuss Walnuss. Walnut. 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 Ich habe eine Plattenkiste, wenn ihr eine braucht. 3 Wochen. Hast du hier eine Platten? Bei 4, 5 ist Toss. Ach Digga. Ey wirklich, hör doch, Justin Digga. Kannst du nicht einfach das Video gucken, Bro? Callen. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hat er ein Erkelten? Hat er ein Hühnchen? Äh, ich hab keine Rassisten, ne. Erkelten? Warum haben die eigentlich Fortnite gespielt? Da kommt irgendwas. Boi. Du Arschloch. Hä? Wie krass Digga. Wie krass Digga. Wie krass Digga. Da kommt irgendwas. Wie krass Digga. Loil. Hä? Ich hab hier mit dem Revolver. Welche Droge ist es, Bossio? Welche? Welche hast du genommen? Welche hast du genommen? Aus dem LKW geschossen. Was man machen soll, um ein dünner Verbündeter zu sein. Ja? Also ich kann euch das hier mal, äh, kurz einfach in die Kamera halten. Das sind die öffentliche Postings. Oh, das ist passant. O, da ist die kam, da gibt es auch... Okay, da gibt es auch. Wenn du nicht zu Hause sitzt und in einem Boxschoss, äh, Boxscher... Oh, Pilze, 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 Pilze! Hey! Mann, die Cliffs kennen wir jetzt alles schon, weil wir die ganzen anderen Videos schon geguckt haben. Bossio... Digga, ich... Mach die Waffe da weg. Hä? Leg das Ding weg! Digga, ich mach... Leg das Ding weg. Ich hab gar nichts gemacht. Leg das Ding weg. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast doch nicht Gäste? Ich hab nur eine Birke dumm und du mag nie an. Mann. Ich verbrenne mich selber. Ey, das kannst du dir nicht ausmalen. Also entweder du setzt dich jetzt hin und guckst mit mir oder du gehst. Hä? Ich kann so nicht arbeiten. Hä? Ich kann so nicht arbeiten, Digga. Ja, ich hab gar nichts gemacht. Ja, ich kann so trotzdem nicht arbeiten. Ja, was redest du? Nein, ich rede den Realdog, die Wahrheit. Ich rede vielleicht auch mal Realtog. Ja, dann red mal Realtog. Aber entweder machst du das oder du machst es nicht. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Ey, Alter. Digga, du zeigst ja in Belästigung. Ja, dann geh zur Polizei und melde es. Aber geh. Ich hab's auf Video. Ja, perfekt. Ja? Noch besser. Ja? Ich hab's einiges auf Video. Ey, das ist so. Zippt doch noch. Ja. Ach, Mann. Okay, jetzt hab ich mir auch was gebrochen. Scheiße. Oh nein. Oh nein. Ich hab's ganz genau gespürt. Aber das ist krass, da die unterschiedliche Art zu sehen, wie die das editiert haben. Das ist in Neukölln jetzt anscheinend. Das ist das nicht in Berlin. Wir waren vorher in Berlin, jetzt sind wir in Neukölln. Aber dass da niemand eine Maske trägt, weiß ich nicht so, verstehe ich nicht so ganz. Ach, Neukölln ist Berlin. Ich bin echt dumm scheiße. Ich bin echt dumm scheiße. Dass du so Vierer spielst, aber so zu zweit unterwegs bist, weißt du? Ich spiel das irgendwie für so... Mach dir keinen Kopf. Das ist bestimmt für euch auch schwer oder nicht, oder? Ja, wir spiel das halt jeden Tag. Ich spiel das nicht jeden Tag. Ich spiel das nicht, dass du das siehst, aber schau dir mal an BLS. Für Kevin, falls ihm das jemals jemand zeigt, ich werde gezwungen, das zu singen. Sag mir, warum all dieses Cash und Clouds, wenn ich am Ende allein bin. New York ist auch schön. New York, finde ich, ist eine der schönsten Städte in Deutschland. Tipps gegen die aber auch? Das ist das... Würge ich, wenn man an irgendwas anderes denkt, aber was anderes ausspricht. Das ist so schlimm. Mehr Wichsen. Boah, majestisches... Majestisches... Ist majestisch ein Wort? Majestisch? Ist das das richtige Wort? Wie hört sich das falsch an? Hey, Sandro, was geht's? Falscher Channel. Sag mir, ich bin bei Danny live. Bruder, bin ich bei Danny live? Nee, oder? Lass mich checken. Oh, Mann, Digga. Ich bin bei Danny live. Ey, nee, Mann. Und der Typ alleine auf Madeira eigentlich? Das sind halt einfach alles die gleichen Clips, die wir jetzt schon kennen. Warum? Die haben irgendwie... Nimm alles von den gleichen Quellen, ne? Digga. Scheiße, mach drauf. Also irgendwo erkenne ich die. Die kommt mir so bekannt vor. Noch nie gesehen, Digga. Don't know who the fuck that girl is. Country roads, take me home. To the place. I belong. West Virginia. Mountain mama. Take me home. Country road. Domusobo, danke für den dritten Monat. Vielen lieben Dank. Kuss. Das, ich sehe das nicht? Das ist ja okay, ey. So richtig Spiefe, in der er da geht. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Checkt die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Steck es so viel ab, halt in die Videos. Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonniert kein Konzept. Na so, ganz viele Na so, ganz viele Na so, dann wieder. Max, ja, ich hab eine Trinkpause. Du Nutten, Max. Du bist ein Nutten-Digger. Wieder mal kein Konzept. Deine Mutter ist so fett. Sieht man das? Sieht man das. Ja, das sieht man, meine sehr ferten Damen und Herren. Du kriegst schon mir einen auf deine Schnauze drauf, du dummer Nutten-Digger. Du roh, ey devote doch da ne tief in die Schnauze drauf. Mach incur Spiritual puede bruschen. So, ich danke. Ich habe einen grü kinda, downloadables. Ich danke dir. Julius mal проход. Ich will was nicht alleine lösen rapid.